Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Guten Tag! Mein Name ist Lisa Hoffmann und das ist mein Kollege Thomas Neuer. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Mahmoud Ahmadiy. Ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan, aus Kunduz. Mein Name ist Mahmoud Ahmadiy. Ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan, aus Kunduz. Kunduz liegt in Nordosten von Afghanistan. Dort leben ca. 350.000 Menschen. Ich bin vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Jetzt wohne ich in Berlin-Spandau, in der Peterstraße 81. Ich bin maler von Beruf, und ich habe schon in Afghanistan zehn Jahre als Maler gearbeitet. Hier in Deutschland bin ich leider arbeitslos, weil ich zuerst Deutsch lernen muss. Ich bin Maler von Beruf, und ich habe schon in Afghanistan zehn Jahre als Maler gearbeitet. Hier in Deutschland bin ich leider arbeitslos, weil ich zuerst Deutsch lernen muss. Seit zehn Jahren bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Meine Kinder sind noch klein. Einer geht in den Kindergarten, und die anderen beiden gehen in die Grundschule. Seit zehn Jahren bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Meine Kinder sind noch klein. Einer geht in den Kindergarten, und die anderen beiden gehen in die Grundschule. Meine Muttersprache ist Dari. Ich spreche aber auch ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Dari. Ich spreche aber auch ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, Fußball spielen, und mit meiner Familie am Wochenende ins Kino gehen. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, Fußball spielen, und mit meiner Familie am Wochenende ins Kino gehen. Könnten Sie bitte etwas über das Bildungssystem in Ihrem Heimatland erzählen? In Afghanistan besteht für Kinder eine neunjährige Schulpflicht, dass mindestens jeder die Klasse 9 beenden muss. Nach der Mittelschule gehen viele Studenten zur Hochschule oder Universität. Kochen Sie gern? Oder essen Sie gern im Restaurant? Normalerweise kocht meine Frau jeden Tag. Aber manchmal gehen wir ins Restaurant. Am Wochenende oder am Geburtstag essen wir im Restaurant. Normalerweise kocht meine Frau jeden Tag. Aber manchmal gehen wir ins Restaurant. Am Wochenende oder am Geburtstag essen wir im Restaurant. Ich denke, der Unterschied zwischen Afghanistan und Deutschland ist nur der Preis. In Deutschland ist viel teurer als in Afghanistan. Ich denke, es ist ungefähr viermal. Ich denke, der Unterschied zwischen Afghanistan und Deutschland ist nur der Preis. In Deutschland ist viel teurer als in Afghanistan. Ich denke, es ist ungefähr viermal. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild eine Mutter und ihre zwei Töchter. Die sind in der Küche. Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt eine weiße Bluse und Schürze. Die Frau trägt ihre kleine Tochter mit der linken Hand und hält einen Löffel in der rechten Hand und kocht. 4. Sie ist Hausfrau, Mutter von zwei Mädchen, und vielleicht arbeitet sie von zu Hause, und sie telefoniert mit ihrem Chef. 5. Ich denke, dass die Mutter am Telefon über ein fröhliches Thema spricht, da sie glücklich schaut. 6. Auf der linken Seite sehe ich eine siebenjährige Tochter. Sie schaut sich an, was ihre Mutter tut. Die Kinder vermutlich sind sie gerade vom Kindergarten gekommen. 6. Ich glaube, dass die junge Tochter ist vier Jahre alt, und die andere Tochter ist sieben. 7. Dies ist der Fall der meisten Mütter, und erinnert mich an meine Mutter, als sie für uns kochte. Ich respektiere alle Mütter, die Mühe haben, ihre Kinder großzuziehen. 7. Ich denke, die Frau ist eine alleinerziehende Mutter. 8. Viele Frauen haben heute Doppelbelastung. Sie sind Hausfrauen, Mütter, und sie sind berufstätig. 8. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen 9. Das Bild gehört zum Thema, Wohnen und Lebensformen. Und hier geht es darum, alleinerziehend zu sein. 9. Heutzutage ist es üblich, alleinerziehend zu sein, besonders in den Ländern, in denen die Scheidung gesetzlich erlaubt ist. 10. Die Eltern, die getrennt sind, teilen sich ihre Zeit mit den Kindern. Zum Beispiel, eine Woche bei der Mutter, und andere bei dem Vater. 10. Es gibt keine Alleinerziehende in meinem Heimatland wie in Deutschland. 11. Wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben wollen, dann sie scheiden lassen, und meistens sind die Kinder bei der Mutter. 11. Meine deutsche Freundin Claudia zum Beispiel, hat vor neun Jahren geheiratet. 11. Nach fünf Jahren entschied sich das Paar getrennt zu leben. 12. Sie haben keine Annullierung ihrer Ehe beantragt, weil es zu teuer und stressig ist. 12. Momentan haben meine Freundin und ihr Ehemann eigene Partner und Partnerin, und die haben auch Kinder mit den neuen Partnern. 13. Sie wollen am letzten Kurztag in der Schule zusammen feiern. 14. Gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner wollen sie für diese Party etwas kochen. 15. Planen sie zusammen für die Party etwas kochen. 15. Hier sind einige Notizen. 1. Was kochen? 2. Wer kauft ein? 3. Getränke? 4. Wer bezahlt? 5. Weiter Ideen für die Party. Hallo Sarah. Wie geht es dir? Hallo Erkan. Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Weißt du was? Der Kurs ist bald vorbei, und alle wollen ein Fest machen. Und wir sollen zusammen etwas kochen für die Party. Hast du eine Idee? Mir geht es auch gut. Weißt du was? Der Kurs ist bald vorbei, und alle wollen ein Fest machen. Und wir sollen zusammen etwas kochen für die Party. Hast du eine Idee? Ich denke an eine Spezialität aus Spanien. Paella. Ich denke an eine Spezialität aus Spanien. Paella. Was ist das? Das ist Reis mit Fleisch oder Fisch. Ich weiß nicht, ob alle Fleisch essen. Ich glaube nicht. Was hältst du von einer Suppe? Ich kann eine leckere Linsensuppe machen. Ich weiß nicht, ob alle Fleisch essen. Ich glaube nicht. Was hältst du von einer Suppe? Ich kann eine leckere Linsensuppe machen. Ja, das finde ich gut. Dann mache ich Paella mit wenig Fleisch. Du machst eine Suppe. Und wer kauft ein? Das können wir zusammen machen. Oder? Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich holen. Ich habe ein Auto. Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich holen. Ich habe ein Auto. Das ist gut. Und welche Getränke bringen wir? Ich schlage vor, Säfte, Wasser, und vielleicht eine Flasche Sekt. Das ist gut. Und welche Getränke bringen wir? Ich schlage vor, Säfte, Wasser, und vielleicht eine Flasche Sekt. Warum nicht? Einverstanden. Wie viel Geld wollen wir ausgeben? Naja. Kaufen wir nicht zu viel. Die anderen bringen bestimmt auch etwas mit. Das Essen ist nicht teuer. Das kann ich bezahlen. Die Suppe kostet auch nicht viel. Und die Getränke hole ich. Ist auch okay. Das gebe ich aus. Die Suppe kostet auch nicht viel. Und die Getränke hole ich. Ist auch okay. Das gebe ich aus. Super. Hast du eigentlich schöne Musik aus der Türkei? Ich bringe Musik aus Spanien mit. Super. Hast du eigentlich schöne Musik aus der Türkei? Ich bringe Musik aus Spanien mit. Gute Idee. Und einen CD-Spieler gibt es ja. Vielleicht hat jemand ein Instrument? Selbst Musik machen ist schöner. Vielleicht hat jemand ein Instrument? Selbst Musik machen ist schöner. Kannst du etwas spielen? Nein. Und du? Nein. Auch nicht. Ich glaube Tatjana und Lisa können Gitarre spielen. Ich rufe sie mal an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bekruh. Bitte!